tutorial wie man youtube videos plant zuerst der fluss und dann auf video wenn du das gemacht hast wähle das video aus was du planen willst wähle dann auf klare die bestimmte zeit aus ich mache jetzt mal heute wir haben gerade 18 48 15 48 dann mache ich mal 16 uhr dies kann man auch auf eine premiere einschalten also schau die vier sekunden an dann gebe einen titel wenn du den titel hast die auf weiter dies dauert jetzt paar sekunden 69 prozent und dann siehst du schon das video like und abonniere für mehr youtube tutorials